Ja, kann ich mich da noch rauswinden oder nicht? Haben die Seine mich fest an meinen Beinen umwickelt? Genau. Okay, scheiße. Ja, kann ich meine Aktion so verwenden, dass ich meine aggressive Aggression aufgebe und dafür meine Parade verbessere, indem ich den Stab jetzt schon zwischen die Seine schiebe? Das könnte ich dir, ja genau, kannst du gleich machen. Du hast jetzt sowieso noch eine Parade, hast du jetzt noch offen. Dann hast du jetzt vielleicht eine Chance, jetzt deine... Ja, das wäre mein Plan. Also im Grunde will ich nicht aggressiv handeln, weil ich glaube, der wird das schon reißen. Ich will defensiv lieber die zweite Aktion verwenden. Dann würfel nochmal eine Parade und dann ist diese Kampfrunde durch. Ja genau, er verlässt sich immer darauf, dass ich das schaffe. Nein. Keine Parade geschlungen? Okay, alles klar. Dann kommt jetzt der nächste Angriff von den zwei Seilen, die noch übrig geblieben sind. Eins, zwei. Beide schaffen es. Auf die sieben. Ich stehe krass hart. Möchtest du parieren? Ja, möchte ich. Zweimal, alles klar. Nicht geschafft und nochmal. Schwert um vier, auch nicht geschafft. Alles klar, dann bekommst du jetzt Schaden. Oh Mann. Äh, sechs und sieben. Einmal eine Wunde. Passt die Wunde. Sechs und sieben sind das. Dann darf Ahmad einmal würfeln. Wie gesagt, es gibt keine Parade. Dann kannst du wieder einen Wuchtschlag ansagen. Wieder der gute alte 3-Wuchtschlag. Nichts riskieren hier. Und der Schaden. 30. Alles klar. Dann hast du die beiden Magier befreit und die liegen, ja, heulend am Boden. Ja, beschreibt die Situation. Was tut ihr? Also ich habe zwei Lebenspunkte und liege auf dem Boden. Zwei Lebenspunkte? Oh Gott. Ein Lebenspunkt? Hächelnd. Ich mache erst mal nicht mehr so viel. Ja gut, ne? Dann macht Ahmad jetzt das, was Blutschluck mit dem Geweiten gemacht hat. Ich werde den einen, wie sie wobei, der Hochzeitsnacht nach oben schleppen. Den irgendwo auf dem Boden ablegen und dann den anderen hochschleppen. Falls das Abel mir mit sich machen lässt. Der bewusstlose Herr wird auf jeden Fall hochgeschleppt. Ich kriege nicht mehr viel mit, feuchte ich. Mit einem Lebenspunkt. Na zum Glück habt ihr mich mitgenommen. Das stimmt. Aber interessant, dass das Schiff nicht mehr auf mich hört. Denke ich werde dem Schiff zeigen müssen, wer hier der Herr über das Schiff ist. Und mit den Worten geht Ahmad wieder nach unten. Wenn er hochkommt, kriegen wir den Tumult mit? Ja, vielleicht nicht von Ahmad, aber irgendwelche anderen Heiler. Aber du kannst auf alle Fälle merken, dass es Tumultiger ist als sonst am Schiff. Keras, was geht denn da vor sich? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde sofort noch. Schauen wir mal nach, ja. Hoffentlich hat sich nichts irgendwie ins Schiff gefressen oder so. Habe ich euch schon von der Seeadler erzählt, wo wir auf diesem Algenteppich waren und vorne haben sich Morphos durch den Bug gefressen. Achso, eine ähentliche Angelegenheit. Ah, hey je. Ich hoffe, so etwas passiert hier nicht. Das Schiff ist doch ein wenig stabiler. Wo tragen die denn unsere Magier hin? Ja, hey, dann, äh, Entschuldigung, Ahmad. Äh, gehst du wortlos an ihn vorbei? Oder? Also ich hätte ihn nur nach oben getragt. Hätte dann, da hat irgendjemand gesagt, hier hol mal Heiler. Und dann wäre ich wieder nach unten gegangen. Ja, okay. Dann stopft Ahmad jetzt wortlos an Kiaris und Jalan vorbei. Äh, deutet nur irgendwie vielleicht mal einen Daumen in Richtung Kankestation. Und, äh, dann könnt ihr da die anderen beiden vorfinden. Äh, tatsächlich möchte ich dann, glaube ich, hinter Ahmad hergehen. Weil der scheint ja ein Ziel zu haben und wenn Ahmad irgendein Ziel hat, ist das nicht gut. Wie haben die denn so zugerichtet? Kiaris, Magier oder, äh, geh weiter. Ja, wenn Ahmad dann an uns vorbei rennt und Jalan hinterher. Ich schaue mal hin, zurück, hin, zurück und sofort Jalan hinterher. Mitläufen. Ach, wat, so wartet doch mal. Was ist? Äh, wie sehen die beiden denn aus? Nun, das ist der Idee geschuldet, das Herz zu finden. Allerdings ist die Idee an sich nicht schlecht gewesen. Wer hat jetzt versucht? Das Herz der Arche zu finden. Meint ihr, meint ihr, sie können so den Namen wieder herausfinden? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist das ihr Plan gewesen. Nun, und, äh, und warum sehen die jetzt so aus? Ich meine, ich hab nicht viel gesehen, aber... Das Schiff hat sich gewehrt, als wir versucht haben, mit Gewalt dort einzudringen. Was für mich danach klingt, als wenn dort wirklich das Herz wäre. Oder zumindest so ein wichtiger Teil des Schiffes. Ihr habt versucht, mit Gewalt zum Herz zu gelangen, während wir hier unter Wasser sind. Richtig. Ich schaue Jalan fassungslos an. Suggestiere ihn mit meinen Augen. Der ist total durchgeknallt. Jalan schaut fassungslos zurück. Ich weiß. Äh, Eier Gnaden. Haltet ihr es wirklich für klug, gegen das Schiff zu arbeiten, während wir vielleicht meilenweit unter Wasser sind? Haltet ihr es wirklich für klug, nicht den wahren Namen herauszufinden, wenn wir meilenweit unter Wasser sind? Habt ihr nicht mit Kohlrab geredet? Kohlrab sagte, dass der Name im Turm gefunden worden ist. Oben im Turm können wir nicht hin, weil die Steuerfrauen uns nicht hinlassen und wir dort wahrscheinlich ertrinken würden. Die einzige Möglichkeit, die uns zur Zeit bleibt, ist zum Herz zu kommen, um dort den wahren Namen herauszufinden. Und was habt ihr nun vor? Wieso lauft ihr in den Turm hinauf? Und wenn ihr steuert? Ich laufe keinen Turm hinauf, ich laufe eine Treppe hinunter. Ja. Und wenn die Steuerfrauen es für besser halten, einfach den gesamten Innenraum der Arche zu fluten, um euch loszuwerden? Nun, auf diese Idee könnten sie auch so kommen. Wieso sollten sie weiterhin, wenn sie die Gewalt hätten, uns noch überhaupt hier drauf dulden? Wir sind zwölf Götter, gläubig. Und ich bin lieber sicher, dass wir den wahren Namen früh genug herausfinden, um dem entgegenzuwirken, als wenn wir hier hilflos der Arche ausgeliefert sind. Dann holt doch das Schwert. Das Schwert? Und wo soll ich das hinstecken? Oben in die Steuertraum, wo wir, wenn wir hochgehen, ertrinken werden? Gute Idee. Weil ich verstehe, muss man es nur halten. Verlagers hat es auch nicht immer in die Frauen gestoßen, wenn er ein Befehl gegeben hat. Ja, wollte man also sagen, ich brauche das Schwert nur halten, ja? Das ist zumindest das. Du würfst mal auf Klugheit. Ihr solltet allerdings das nur machen, wenn ihr euch wirklich sicher seid, denn ich halte mal die vermutlich immer noch geschwärzte Hand hoch. Und wie überhaupt habt ihr euch vorgestellt, von dem Herz den Namen zu erfahren? Ja, klar, Klugheit. Nun, wir haben immer noch echt eine Klugheit. Ich hab doch, ich weiß schon, was passiert. Trotzdem meine, nicht geschafft. Es geht mit, es geht mit schwarzer Hand. Die, die so etwas hier geschafft hat, können die anderen beiden das überhaupt? Ich andere, die anderen beiden. Die anderen beiden sind ja auf der Krankenstation. Die werden jetzt den wahren Namen wahrscheinlich erstmal nicht mehr herausfinden. Richtig, das muss Kolrab tun. Richtig. Aber erst einmal, man muss ein Weg zur Herzgeberatschaft werden. Nun gut, wo lang? Ja, mit den Worten würde Achman einfach weitergehen. Näh. Ja, was? Ja. Was auf euren Rückenlauf? Ja. Ihr auch. Na. Dann schallere ich mir meinen Helm auf und... Ja, komm, ich schipp den Klugheitswurf, warum auch nicht? Nö. Und chipt, dass ich die Klugheit, das hilft auch nicht. Der hat das Schicksal entschieden. Ja, ich schallere mir den Schaller auf und los geht's. Ich tue es ihm gleich. Achman hackt sich jetzt weiter mit Gewalt einen Weg durch die Wand? Ja, genau. Das ist wirklich keine Idee. Ich werde jetzt einfach nach jedem mal reinhacken, nach hinten gucken, ob da irgendwelche Seile kommen. Okay. Wir stehen ja auch hinter ihm und... Also zumindest, ich lasse die Augen irgendwo zwischen Achmans Hackstelle und allem anderen und her wandern. Ich hab mal eine Frage. Ja. Kann sich unheilige Sachen eigentlich gegen heiligen Schaden wehren? Also regenerieren? Geht das? Ich bin mir da nämlich gar nicht so sicher. Ähm, naja, also das ist jetzt ja... Also das Schiff bekommt Schaden. Das Schiff hat ungefähr so roundabout 2000 Lebenspunkte. Und das, was es jetzt macht, ist eine profane... äh, äh, ein, ein Kitten mit Unwasser, was dann eben aus, äh, aushärtet und, äh, zäh wird. Aber es ist jetzt keine, keine Regeneration von Lebenspunkten, die das Schiff jetzt hat. Darum geht's nicht. Geht nur darum, dass der, dass das, ähm, das Schiff arbeitet jetzt gerade, äh, demonstrativ gegen dein Schwert. Aber wie gesagt, wenn du jetzt hackst und hackst und dich umguckst nach irgendwelchen Fallen, ähm, ähm, du wirst dann auf alle Fälle dir einen Weg bahnen können. Okay. Immer mehr Unwassergefäße vereinen sich hier auf, äh, deinem Weg zu den dicken Schlagadern. Du kannst das impulsieren, den Rhythmus in der Umgebung kannst du wahrnehmen. Du kannst ihn fast sehen, diesen Rhythmus, der auf deinen Augen vibriert. Du kannst das Blut spüren, was durch deine Venen und Arterien rauscht. Bist dir nicht ganz sicher, ob du dir gerade selber Schaden zufügst, denn du hast immer mal wieder so ein paar Momente vor deinen Augen, wenn du denkst, dass du dich gerade selbst aufschneidest. Dass du das Herz bist. Du pumpst mit dem Herz. Und dann stehst du auf der Rückseite eines halbkugelförmigen Raumes von ungefähr fünf Schritt Durchmesser, in dessen Zentrum das Archenherz pulsiert. Ist das wirklich so, wie gut ist das Herz zu machen? Ein zweischrittmessender Klumpen aus feinstem Blattgewebe, in dem massenverderbtes Unwasser gluckert. Oberschenkeldicke Adern führen hier in alle Richtungen und das Herz hegt hinter feinen, gespinsten, zahlreiche dünne Zweige, wird es hier in der Schwebe gehalten. Du kannst am Boden einige hunderte, tausende, aber tausende Archenkäfer erkennen, die hier einen immerwährenden Tanz führen. Und dann dreht sich eine bewegungslose Gestalt um, mit einem einzigen Schritt. Du blickst in tiefe Augen, wenn man dazu Augen sagen kann. Stehst vor einem Leibfechter, der jetzt auf dich zukommt. Okay. Ja, ich würde erstmal da stehen bleiben, mit dem Schwert erhoben. Er stellt sich so vor den Eingang, den du gerade geschaffen hast, dass du das Herz selber nicht angreifen kannst. Ja, ich würde sowas eh nicht machen. Ich würde mich so positionieren, dass sollte Ahmad etwas Dummes versuchen, das Herz anzugreifen, dass ich seine Waffe parieren kann. Du kannst weiter noch an ihm vorbeischauen und siehst dort einen grotesk gluggernden Thron. Ein Schrein von Charybteroth. Das hast du in den Sagen und Legenden schon das ein oder andere Mal gesehen. An Fischerdörfern gibt es vielleicht so etwas, aber hier auf der Arche? Ja, wie gesagt, noch eine weitere Szenerie. Würfel noch mal eine Sinnschärfe Probe, sie ist nicht erschwert. Das finde ich gut. Die kann ich schaffen. Nur Ahmad und Ahmad. Na, könnt ihr alle werfen. Vielleicht auch nicht. Uh, einen über. Das Anthropäum. Hier könnt ihr sehen, wie Delfine verwest von der Decke hängen mit Kabeln bzw. Adern, die durch ihren Körper gebohrt worden sind, die auch hoffnungslos schon verrottet sind und einige Dinge, die sich aufgelöst haben. Und Wasser wird durch ihre Adern gepumpt und die Delfine haben sich hoffnungslos verfärbt, sodass sie kaum mehr als die Tiere wahrgenommen werden können, die sie einmal waren. Das ist das Zentrum des Schiffes. Ich darre dorthin und mit offenen Mund, ja, mein Rapier fällt, ja, scheppernd zu Boden. Was? Bei allen zwölf. Ja, Ahmad hat keine Augen dafür, der sieht das gar nicht, sondern mustert nur den Leibwächter des Herzes aus dem Weg, wenn ihr den heutigen Tag überleben wollt. Er spricht nicht. Er ist völlig bewegungslos. Dann gehe ich einen Schritt auf ihn zu. Ungefähr noch drei Meter, die dich von ihm trennen. Wenn du weiter auf ihn zu gehst, dann bist du auf alle Fälle in Waffenreichweite. Ahmad, tut nichts Unüberlegtes. Und ich gehe noch einen Schritt auf ihn zu. Schnell ziehen, Zweihänder, gezielter Stich. Ripp. Wir können dir nicht helfen, du bist jetzt alleine in einem Engengang. Ja, ich weiß gar nicht, ob du hier genug Platz, wenn Ronna kam, zum Führen hast. Ich will auch einen Doppelkorn, ich war mal. Ja, du kannst mehr aus einem Reflex, Er hat auch einen Zweihändschwert. Mehr aus einem Reflex kannst du zurückspringen und der Zweihänder sticht, sirrt durch die Luft kurz vor deinem Oberkörper. Er hätte dich fast zerteilt. Na wunderbar, dadurch hat er jetzt ein Erschwernis. Also, Gegenangriff, würde ich mal sagen. Dieb nahe Finte. Dann hat man genug Platz in so einem Gang, um Zweihänder zu schwenken. Er hat auch einen Zweihänder. Aber er steht auch draußen im Wommengang. Achso, das weiß ich eigentlich. Er hat reingestochen. Ja, überall, ich mach's los. Wie führst du den? Ist das ein Säbel, oder? Ne, das ist ein Zweihandschwert. Zweihandschwert, okay. Äh, Säbel, Entschuldigung. Ja, Säbel, ne? Zweihandsäbel. Genau. Dann musst du schneiden. Und schneiden kannst du dann aber nicht. Du kannst stechen. Dann versuch es trotzdem. Genau. Behängte Verhältnisse, lange Schwungwaffen, AT-Posus-6. Was hattest du gesagt? Du hast Plus-7? Er hat trotzdem geschafft. Plus-6 ist trotzdem geschafft, ja. Okay, dann würde er versuchen, eine einfache Parade. Sie ist erschwert um sieben. Plus seiner eigenen Schwernis. Ja. Oh, nein, why? Er schlägt deine Waffe zur Seite und ja, rennt dann... Ne, er rennt nicht. Er ist cool. Er bleibt stehen. Er rennt, aber er ist cool. Ja, ne, ne. Er bleibt stehen und sticht noch ein weiteres Mal nach dir. Wie gesagt, sein Zweihandschwert hat er schon. Sticht weiter auf dich ein. Also fühlt sich jetzt nicht schwungvoll, sondern sticht wie... fast wie ein... Du merkst auch, er ist eigentlich zu groß für einen Menschen. Er hat eher die Maße eines Trollsuckers oder eines großen Torwahl. Also das ist das eigentliche... Wie er hier wohl gerade Probleme auch in diesen engen Räumen hat. Aber er sticht jetzt mit diesem Schwern und versucht es einmal. Das gelingt. Wieder der gezielte Stich. Ich blicke währenddessen ungläubig zwischen Achmat und Kavehno hin und her. Sechster Erschwernis habe ich durch den Angriff, ne? Die Parade ist plus zwei. Ja, dann versuche ich es einfach mal normal anzugreifen. Ich stehe da, bin viel zu perplex und geschockt von dem Anblick noch. Ich nehme viel zu viele Details von dem... da war, was von dem Film geschehen ist. Kann er nicht parieren. Dann schneidest du ihm sein linkes Bein auf und das fällt zu Boden. Du merkst, wie wohl die Arche versuchen ihn zu stützen, indem jetzt Äste aus der Seitenwand wachsen und versuchen ihn zu stützen, sodass er weiterkämpfen kann. Er hat dann sein linkes Bein und hat er verloren. Es liegt jetzt dort und zerfließt schwarz. Es stinkt widerlich, auch weiter nach Schwefel, nach Ammoniak und er sticht noch einmal auf dich zu. Schafft er. Ich sollte mehr finden, oder? Wahrscheinlich schon, bei diesen Verhältnissen, die ich gerade habe, ja. Aber das wäre in diesem Moment egal gewesen. Trotz der Bankenverhältnisse schafft es Ahmad irgendwie weiter zu kämpfen und schwingt erneut nach diesem Mann, diesem Wesen. Das hast du geschafft. Das kann apparieren, jetzt kommt aber die Finte, kombiniert er mit dem gezielten Stich. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Finte... Ja. Sechs. Oh. Ja! Bestätigt er das? Das muss er bestätigen. Stimmt, das muss er auch bestätigen. Nicht bestätigt. Achso, die 20 ist nicht angekommen. Dann nochmal. Nee. Sechzehn. Er hat ne Zehner Erschwernis. Schafft er nicht. Also, einfach nur die Finte sechs. Sechster Erschwernis und dann halbe Parade davon oder andersrum? Ja, immer erst mit Erschwernis. Genau. Du musst jetzt erst einmal Parade plus zwei durch die Beengenverhältnisse und die Finte sechs sind acht und dann halbiert. Hast du denn überhaupt noch Parade? Also, was jetzt? Minus sechs und dann was? Dann erst Erschwert um acht und dann halbieren. Erst Erschwert um acht? Sechs Punkte Erschwernis für die Finte, zwei Punkte Erschwernis für dein Beengtes Verhältnis macht acht Punkte Erschwernis. Acht Punkte und dann die Hälfte? Ja, die Hälfte kommt immer, nachdem alle Modifikationen aufgerechnet wurden. Dann würfel ich jetzt auf die fünf. Ich würfel einmal ein B20. Nö. Dann bekommst du 13 Charryptorot-Schaden. Sollte dich, glaube ich, nicht interessieren, ne? Ist verletzend, oder? Dann kriege ich 1,6 extra. Gegen Geweite? Denke ich, oder? Weißt du nicht. Also bei Dämonen ist es auf jeden Fall so. Gegen Effort Geweite, ja. Bei Dämonen ist es auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, wie es bei anderen, wie bei uns das aussieht. Ne, also da können jetzt noch sekundäre Effekte dazukommen, wenn du jetzt eine Wunde kriegst. Aber das ist kein, das ist kein doppelter Schaden gegen Runde Geweite. Wie viel Schaden kriege ich? Gegen Effort Geweite. 13. 13. Dann habe ich... Sechser Rüstung. ...eine Wunde. Das ist nicht gut. Das stimmt. Ja, deine Wunde fängt an, schwarz zu blut. Das ist noch weniger gut. Ja, schalte dir die Arme auf, Selbstbeherrschungsprobe. Ich möchte Keras meinen Schultern packen und mal rütteln. Carino! Carino, reißt euch zusammen! Ich würde auch gerne einmal Selbstbeherrschung würfeln. Ja, ich schaff's irgendwie diesen Blick von den Gräueltaten da abzuwenden, die Galle runterzuschlucken. Kapitän, ja, ich schüttel mich noch einmal und greif da nach meiner Waffe. Ja, wir können da nicht rein. Schauen uns an, wie das ausgeht. Ah, das war eine schreckliche Idee. Wie weit bin ich jetzt eigentlich in diesem Gang? Ich bin ja nicht auf Map-Tools. Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ich jetzt einen Schritt nach vorne mache und er mich dann nochmal schlagen kann, bin ich dann außerhalb dieses Raums? Du kannst nicht einen Schritt vortreten. Also, guck dir, wie gesagt, die Zeichnung an. Du bist jetzt auf der Rückseite der Herzwand, hast du dich hindurchgeschnitten und stehst jetzt eben in diesem durchgeschnittenen Gang direkt vor dir das Herz und er hat sich jetzt hinter das oder vor das Herz geschoben, sodass du es eben nicht angreifen kannst. Du müsstest jetzt eben aus diesem geschnittenen Gang müsstest du raustreten, aber direkt dort steht er. Du kannst also nicht, du kannst natürlich jetzt den Kampf beenden und nach hinten treten, zurück zu Yalan und Kiaras. Das geht. Aber nach vorne kannst du nicht. Du kannst also nicht in die Herzkammer. Zurzeit nicht. Dafür ist der Leibwächter da. Kurz Frage, wenn ich jetzt meinen Rondra-Krams hier habe ich dann immer noch beengte Verhältnisse, wenn ich nach vorne steche. Das sind auch lange Schwungwaffen. Wenn du deinen Rondra-Kam, das ist ein anderthalb-Bänder, wenn du den über Schwerter führst, dann dürfte das weniger das Problem sein. Das geht ja hier um die Länge, nicht um die Waffe. Das ist richtig. Dann greife ich ihn weiter an. Achma, tritt zurück. Hört auf mit dieser Dummheiten. Dummheiten. Das hat keinen Nutzen, Herr Rondra-Krams, beleidigt ihn vielleicht lieber nicht. Ja, treffe ich nicht. Ich lieber beleidige ihn und hole ihn heraus, als dass er jetzt etwas Dummes tut und uns alle tötet. Das hilft kein bisschen. Wenn die erstmal am Kämpfen sind, hören die nicht mehr auf. Achso, warte mal, Entschuldigung, das war auch gezielter Stich, hatte ich gesagt, ne? Gezielter Stich und Finte. Also zusätzlich zur Wunde kriegst du eine zweite Wunde. Und die Rüstung wird ignoriert. Das mit der Rüstung ignorieren habe ich schon mit einberechnet. Okay, das hatte ich bei mir gerade nicht drin. Ja, die Autowunde muss ich auch noch mal gucken, ob ich die ignorieren kann. Das hatte ich bei mir gerade eben nicht drin. Ja, das sieht nicht so aus. Ja gut, dann habe ich jetzt zwei Schwernisse. Okay, das war jetzt nur die Ignorieren. Okay, dann, er hat er jetzt getroffen, ist aber auch nur gezielter Stich, ich habe keine Finte angesagt. Alles klar, dann versuche ich natürlich zu parieren. Äh, da. Ja, ne, das sieht nicht gut aus. Dann kommt jetzt der nächste. Achso, Entschuldigung, das ist was, ne, den W20 wollen wir nicht. Zeugung ignorieren. Plus sechs sind elf. Das ist eine weitere Wunde und eine weitere Autowunde. Trepazone? Im Bauch. Das sind zwei bis sechs zusätzlich? Ja. Achso, wie viel Schaden war der zweite noch mal? Äh, elf. Das klingt gut aus. Wie wirst du diese Trottel seit was machen, während wir unter Wasser sind? Achso, macht den strategisch zurück zu. Ja, du trittst, du trittst aus dem, du trittst aus dem geschnittenen Raum wieder zurück, ähm, siehst wohl, wie noch weitere zähe Öl Unwasserfäden hinunterlaufen und ganz langsam versuchen wieder diesen Gang, den du geschnitten hast, wieder zu zerfließen und, ja, Kolja, der Leibwächter, bewegt sich nicht. Er steht immer noch bewegungslos dort, steckt überschnellziehend seine Waffe wieder weg. Ach, man, warum tut ihr sowas? Er hat ja nicht auf den Beinen, hat er noch HP? Ihr könnt sehen, wie wohl seine Rüstung zerschnitten ist, am Arm und an seinem Bauch und er blutet schwarzes Blut. Zeig mir Ihre Wunde. Ja, ich zeige ihm meine Wunde. Die atme schwer und, ja, wirke nicht gerade sehr begeistert. Ich würde gerne versuchen, Erste Hilfe anzuwenden, um zumindest Blutung zu stoppen. Ich verfluche mich innerlich dafür, dass Karin nur hier ist und wende mich mal dem Wächter zu. Wer bist du? Du kannst da jetzt gerne beliebig lang stehen, er wird nicht antworten. Ja, haben wir schon fast gedacht, aber versuchen kann man es, ja. Das sieht gut aus, dann kannst du ihn stabilisieren. Bist du stabilisieren? Ich bin nicht unter 0 Lebenspunkte. Ja, trotzdem, stabilisieren, ne? Dir geht es gerade richtig schlecht. Das stimmt. Ja, ungefähr fünf Minuten später, wahrscheinlich in der Krankenstation, können die beiden Magier, die dort immer noch auch mit ihrem Leben ringen, allerdings aus ganz anderen Gründen, können sie sehen, wie Ahmad sich da zugesellt und aus vielen Wunden schwarzes Blut. So lächerlich. Ja. Ahmad nickt die beiden mal zu. Ich habe es auch nicht geschafft. Schatt. Einen schwachlichen. Das sagt man nicht, aber alles richtig, aber ja. Ich schaue die beiden an und nick ihn einfach nur mal zu. So von wegen, ja, ich bin jetzt auch hier. Da ich leider ohnmächtig bin, kann ich nicht zufrieden nicken, aber im Geiste. Ja, doch, klar, du bist ja auch wieder wach, ne? du bist dann irgendwie fünf Minuten ohnmächtig, wenn du bei unter fünf LEP bist, aber dann kommst du ja auch wieder zu dir. Ist ja nur ein Kampfrunden. In Kampfrunden hast du einfach verloren. Meine Damen? So, da fehlt ein Schreich, vermute ich gerade ziemlich hart. Okay, der wird dem nicht zu genickt, der ist ein Prussi. Ich gehe erst mal zu ihm hin und, und, äh, ich will nicht sagen, ich halte sein Händchen, ich drücke ihm auf die Schulter. Heldan, Zähne zusammenbeißen. Ja, ähm, ja, es hat viel, viel Blut an seinen Händen und hat wohl versucht, so ein bisschen den Bauch zusammenzudrücken, zusammenzuschieben und hat das wohl aber nicht ganz geschafft. Du bist zwar heilkundig ein bisschen bewandert, aber bei zwei Bauchwunden steckst auch du daneben leider deine chirurgischen Werkzeuge wieder zurück und lässt das dann Profis machen, weil Hacker-Probe erschwert um zwölf, ist auch für dich dann leider, leider sehr ungünstig. Ich würde sagen, hätte ich es geschafft, aber die hatte ich nicht dabei. Ich habe ja versucht, ihn nur zu stabilisieren, dass er nicht verblutet direkt, bis er zur Krankenstation kommt. Immer was los auf dem Schiff, immer was los auf dem Schiff. Murmeln die beiden Magister, also die Fälscher und, äh, geben, geben weitere Tränke und Tees aus und salben und kümmern sich. Was habt ihr euch dabei gedacht? Gute Frage. Das erklärten wir bereits. Beziehungsweise ich. Vorzeit, Captain. Wir waren Narren. Dies allein angehen zu wollen. Und die gute Nachricht ist, wir haben das Pferd, das Pferd, sag ich schon, das Herz gefunden. Oh, habt ihr es, nein, ihr habt es nicht getötet. Offensichtlich hat das Herz einen Leibwächter. Am Türrahmen, wenn man sowas sagen kann, stehend, lehnend, kann Ahmad jetzt sehen, wie Bisphrabul höhnisch lächelnd dort steht. Er sagt nichts. Ja, der wird ignoriert. Ich wollte es nochmal betonen, das war mir jetzt wichtig. Ja, Ahmad schaut geflissentlich genau dahin, wo er nicht steht. Blutschluck hätte den kaputt gehauen. Hat er nicht. Der hat auch eine zweihändige Waffe. Ja, richtig. Er sticht dann zu, aber auch seine Wachbürsten lang. Aber er kann stechen, einer mit der Mann hat er einen Späher. Kann ich mit einer anderthalb Hände auch können. E anderthalb Hände kann man aber nicht immer spielen. Egal. Muss man nicht mehr beibringen, wie man in der richtigen Waffe kämpft. F.A. Dias Verrat wiegt tiefer, als ihr alle denkt. Offensichtlich, ja. Richtig, auch. Hättet ihr gesehen, was da drin ist? Nein, ich will es mir gar nicht vorstellen.